Hallo Leute, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Back to the Future The Game, mein Name ist Echo und das hier ist die letzte Episode, aber noch nicht die letzte Folge. So, wir haben jetzt gesehen, dass Emmett, der alte Emmett, den jungen Emmett jetzt, ich sag mal, betäubt hat und jetzt rausgezerrt hat, damit er halt die Demonstration verpasst und wir kommen hier leider nicht mehr raus. Wie man sehen kann. Aber wie sind die da rausgekommen? Ja, toll. Beziehungsweise, wie sind die überhaupt da reingekommen? Nee, das kann ich nicht machen hier, oder? Nee, das muss ja zu. Hallo, Griff, danke. Ja, toll. Dazu muss ich aber erstmal zu diesem Punkt hinkommen. Lauf! Da haben wir es blockiert. So, das Blaue blockiert. Blau- Ah, jetzt ist die Grüne, Scheiße! Huch! Da haben sie wohl vergessen, äh, okay. Ähm. Ist gerade hier was? Nee. Ah, dieses Rätsel! Was passiert, wenn ich jetzt hier verschiebe? Was bringt mir das? Eigentlich nichts, oder? Nee. Scheiße! Ah, diese Rätsel! Ich bin zu doof für sowas. Ich muss noch mal das gelbe Eimer benutzen. Man kann leider nicht hochgucken, das ist doof. Ja, toll. Jetzt kann ich aber nicht das bewegen. Warte mal. Ja, ist sehr gut, Marty. Wenn ich das gelbe bewege, dann kann ich das grüne nicht bewegen. Wieso kann der das eigentlich nicht weiterschieben? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das sehe ich auch. Danke. So, ich kann ihn das grüne nicht bewegen. Oh, muss ich das... Ich muss doch das rote denn, oder nicht? Warte mal. Das hatte ich doch, glaube ich, eben schon probiert, oder? Obwohl. Jetzt könnte das blau aufgehen. Warte mal. Das war doch vorhin schon so, oder? Ah! Juhu! Ich bin so gut. Hallo? Oh. Emmett? Woher hast du ihn jetzt, Doc? Grüß dich wieder, Mörter! Das ist Tepney, Muse von Progresse. Ich hoffe, dass ihr alle ein tolles Zeit habt, die alle Exzibiten in den Exzibiten zu haben. Nicht vergessen, ihr könnt Tickets zu unseren Hauptattraktiken direkt hier in der Informationsbund. Oh-oh. Was haben wir denn hier alles so schönes? Das Entertainment Center vor allem. Ein vollen gequipten Home-Entertainment-Center. Also, wo ist die ColecoVision? Okay. Konsole? Ich kann bloß den roten Knopf... Beep. Das ist doch mal eine Anspielung auf den zweiten Teil des Films. Wie geil ist das denn? So, können wir die... Können wir noch die anderen... Ich würde gerne die anderen Knöpfe... Hallo? Achso, kann ich ruhig klicken, okay. In der Haus der Zukunft werden die Telefonzelle der Zukunft eröffnet werden. Hey! Bitte, recite the phone number you wish to dial. Or say, hang up, to terminate your phone-helmet-Experience. Ah. Brauner-Wissen-Telefonzelle der Zukunft? Ah. Klondike 4385. Brauner-Resident. Hey, Hampton. Wie ist es hängen? Das ist Marty, Emmets Freund. Ist er da? Not at the moment. I'm afraid he's off on one of his little adventures. Thanks. Bye. Farewell. Conversation terminated. Das ist aber cool. Ist aber auch so eine Anspielung. Okay. Jetzt will ich aber erstmal den letzten Knopf ausprobieren. In the mood for fun? The house of the future comes equipped with a modern home entertainment center. Chinese checkers and everything. Mensch, ich akkript dich nicht und so. Äh, war das wieder mies. Komm mal, ich hab's toppflanzt. Vielleicht ist das auch so ein Ding, wo man hier, ähm, hier so ein abhörbarer, weißt du, so, ne? Und so. Vielleicht ist jetzt eine Aufnahme drauf. Hier ist nichts futuristisches über das. Oh. Ah, hinterher hätte man sich immer zur Demonstration nehmen. Ah, jetzt können wir, scheiße, hätten wir die vielleicht vorher mitnehmen sollen? Verdammt. Nein, du sollst nicht rausgehen. Nö? Ja, ja, ja. Ja, ja. So. Jetzt nehmen wir nochmal den hier. Ja, ja. Ja, ja. Was? Was? Klondike 4253. Hill Valley Expo, where the future is coming today. This is Checkney Muse of Progress. To whom am I speaking? Hmm. Carl Sagan. This is Carl Sagan. Ooh, the mysterious Mr. Sagan. What do you want? Kann ich mit Edna sprechen? Ah. Can you put Edna Strickland on the phone for me? Sure thing, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Somebody actually wants to talk to you. Mr. Sagan, I didn't expect to hear from you again till after the Expo. You didn't? Yes. Wasn't that part of our plan? Yes, our plan. How about that plan? Hört sich ein bisschen ähnlich an. Erzählen Sie mal von unseren Plan. Wo ist Emmett? I seem to have momentarily lost track of Emmett. Do you have any idea where I might find him? You lost him? You were supposed to keep him distracted. Oh, I have been. He's just wandered off. Well, go look for him. I've got my hands full with Parker. Hmm. Ich find's so das Geheimnis. I'm a little unclear on the details of our plan. Unclear? But it's your plan. I mean, I'm worried that you're a little unclear on the details. What details? All I'm supposed to do is use my poll with Detective Parker to get Emmett's demonstration canceled, while you keep Emmett distracted. You are keeping him distracted, aren't you? Oh, yes. He's a very distractible young man. Oh, that's what I keep telling everyone. Ist das mies. Die Pläne haben sich geändert. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. There's been a change of plan. What? Yes, I've changed my mind. I think we should let Emmett go through with his demonstration. But, but you told me it could be dangerous and that Yakov Shmirnov was a foreign agitator. that the only way I could get Emmett back would be to scoop him up after his dreams were shattered and so on and so forth. I said a lot of things, but I was a little crazy at the time. The important thing is, now I think you should let Emmett go ahead with his little demonstration. Oh, I get it. What? It's Comrade Shmirnov, isn't it? He's gotten to you. Oh, I really want Emmett to go ahead with his demo. Don't worry, Carl. You can count on me. Oh. Lassen Sie Emmett seinen Flugunternehmen, okay, versuchen wir das mal. And listen to me. You have to let Emmett go through with his demonstration. Shmirnov's listening, isn't he? Oh, listen. Listen, Shmirnov. I don't know what you're holding over Mr. Sagan, but there's no way I'm ever letting that contraption you've talked my Emmett into building get off the ground. Ja, ich glaube, das hier kommt, das hier zieht wirklich nicht. Why are you saying all those terrible things about Emmetts' Freund? Young Comrade Shmirnov, you were the one who told me about his vile deeds. Okay, das war's dann auch schon. Ihr finsteres Geheimnis. Ja. Regarding, ah, you know what? You know what? Ah, the little matter we were whispering about yesterday. Oh, that? As a matter of fact, I'm glad you brought it up. I was thinking, wouldn't it be a good idea to pin it all on Yakov Shmirnov? Uh-oh. Uh-oh. Pin what on him, exactly? You know, it! Oh, I get it. You're still sore about going to jail. Uh-oh. That was the dog's fault. If he hadn't come galumphing up to me right after I started the fire, I could have gotten clean away. And I never would have had to divert suspicion to you. Sie hat das Feuer gelengt. Carl, is somebody with you? No, it's just you and me. Ha. Warum haben sie die Bars niedergebrannt? Aha. Also eigentlich war das schon klar, dass sie es war. Also das konnte man sich eigentlich schon die ganze Zeit überdenken, möchte ich jetzt mal behaupten. So, I don't mean to pry, but why did you burn down all those speakiesies? Why? Because no one else was doing anything about them. Toll. Ja, mehr können wir jetzt eigentlich nicht sagen. Ach, shit. Ja, der spricht auch. Der spricht zu uns ein ganz kleines bisschen wie Christopher Lloyd. So, heißt Christopher Lloyd? Ja, Doc Brown halt, der Originale. So. Ähm, wir können vielleicht die Topfpflanze austauschen und dadurch das Gespräch mit aufzeichnen. Schauen wir doch mal. Einfache Topfpflanze. Äh, hallo? Keiner sieht zu? Ach, wir können ja nicht das Gespräch, das ist ja Quatsch. Äh, hallo? Ja. Oh. Ein Mann, der die Möglichkeiten in Pondscum sah. Willkommen, Ernest Billpott! Der Algenmann, steht jetzt echt da vorne auf der Bühne? Äh. So, meine Damen und Herren, ja, äh, ich weiß nicht, äh, ob sie das wussten. Ja. So können wir überhaupt irgendwas... Ich wusste es doch, wir brauchen irgendwann welche. Ich weiß bloß nicht warum. Was ist das denn? Was war das jetzt? Wuuuuh. So, können wir jetzt einmal mit der Kunde wasch. Oh, mein Vater? Ich kann mich für ein tall, thin, older, freshman. Sie könnte auch mit einem tall, thin, younger,jenigen. Ich weiß nur, wie du gerade axst. Und so weit ist es dann noch nicht möglich. Wenn du hüben, du möchtest es nicht. Das ist stark. Das so, ich weiß nicht, dass es gut ist. Komm. Ich weiß, du bist da, Doc. Doch. Yes, I am a doctor of marine biology, but I fail to understand what you are. Quit fooling around, Doc. What have you done with Emmet? Stop! Help! I'm being attacked! Harry! What are you doing? You can't assault the exhibitors. You don't understand. He's kidnapped Emmet. The boys, obviously, are confusing. I'll say he is. You want I should toss him out on his ear? That won't be necessary. Do you know who that is? That's Jacques Dutaux of the Oceanic Institute. No, it's not. It's... Please, keep it down. The Expo went through a lot of trouble and expense to secure Professor Dutaux. We can't afford to antagonize him. But if you've got a complaint against him, we can straighten it out after the show. But if you make another scene like that, I'm afraid I'm gonna have you expelled from the hall. Scheiße. Take off your helmet. I prefer to leave it on. And the inland air is difficult on my sinuses. Hm. Ja, ja. Professor Dutaux, huh? At your service. Hm. That was a real French accent. What have you done with the real Professor Dutaux? I'm not sure I like your insinuations. I'm not sure I like you kidnapping Emmet. Perhaps I should call the authorities and have you removed from the hall. You're a cold-blooded guy, Dutaux. C'est la vie. Where'd you stash Emmet? In the diving bell? It's called a bathysphere. Aha! So Emmet is in the bathysphere. I don't know what you're talking about. I think I'm gonna take a closer look at that bathysphere. Not without it, eh, kid? I'm afraid, sir. Hey. Kein problem. Is this guy trying to bomb a free ride? No. See that you don't. Feels good to be on the right side of the law. Heh heh. Heh heh. I have no tickets. Take a ride in a bathysphere. Your bathysphere. I'd like to see the inside of it. Can't get in without a ticket, I'm afraid. You're not gonna get away with this, you know. As they say in my country. Que sera sera. Oh-oh. Heh. Thank you, Ernest. Do be sure to drop by his booth and sample an algae cake. I have and it was very interesting. Heh. I will be back later to highlight another of our fine exhibitors. We'll see you soon. Yeah, so wird's gefährlich. Vor allem Daniel Parker wird sich da auch ganz schön blamieren, wenn er den falschen Blumentopf hat. So, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Wir haben doch ein Ticket. I want to see inside that bathysphere. I don't think so. Well, what do you mean? I've got a ticket. You have to honor my ticket. It's, uh, uh, the wrong kind of ticket. Sorry. Oh, give me a break. Da hattest du jetzt ne miese Masche, komm schon. You've got to take my ticket and let me into the bathysphere. It's the rules. If you've got the problem, go, log your complaint. Artie, der lässt mich nicht rein. Halt die Schrauze. Hey, Artie. Äh, er mit ist noch da rumgefangen, das Aquarium nimmt mal ein... Ah, guck mal. This ticket should get me into any exhibit on the floor, right? Sure, that's a P-Ticket. Well, the guy at the aquarium is refusing to honor it. Hmm. There must be some mistake. Come on, let's straighten this out. Jawoll. Professor Dutot, this young man claims you refuse to take his ticket. Not at all. I am only too happy to take his ticket. Please, climb the ladder and I will raise the bathysphere. Der hat ihn doch garantiert schon irgendwie entfernt oder so. Wobei, in der kurzen Zeit. Oder ist es von Anfang an eine Finte? Das kann natürlich auch sein. Das ist so mies. Ach, dieser Versuch, diesen französischen Akzent hinzubekommen. Das ist einfach nur mies. Hier, Exhibit is currently closed for repairs. Schlaucht der Top? Oh. Oh. Officer Parker is going to demonstrate a few of the many marvelous tools that our boys in blue will soon have at their disposal. The criminal element has truly met his match today. Officer Parker? Oh. Uh, it seems our next Exhibitor is unavoidably detained. But I'm sure his presentation would have been both enlightening and exciting. Um, how about a round of applause just for the heck of it? Oh, oh. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit? Ich hoffe doch mal. Maybe quite some time before the Exhibit is fixed. Oh, da, 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 da. I'm not going anywhere. Nein. Geh ich auch nicht. So, ich geh mal kurz ins Menü. Tut mir leid. So. Dann werde ich erst mal sagen, haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Back to the Future. The Game. Mein Name ist Echo und ich verabschiede mich und sage haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.